Ich komme gerade von dem wohl matschigsten Festival aus diesem Jahr zurück. So unglaublich matschig! Und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Erstens, mittlerweile habe ich über 1200 Abonnenten. Das heißt, mein Kanal wächst und wächst. Und ich möchte einfach nur ganz kurz vielen Dank sagen. Zweitens, ich habe in meinen Kalender geschaut und irgendwie ist in zwei Wochen schon wieder die Gamescom. Mich haben mittlerweile einige Leute gefragt, ob ich denn nicht... Ich glaube, so ungepflegt und ungeduscht, wie ich gerade aussehe, kann mich niemand ernst nehmen. Sekunde. Besser. Wo waren wir? Gamescom 2017. Mich haben einige gefragt, ob ich dieses Jahr auf der Gamescom unterwegs bin und ob man sich mit mir treffen kann. Und ja, ich bin auf der Gamescom unterwegs und ja, man kann sich auch mit mir treffen. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr am Samstag um 15 Uhr in der Family & Friends Halle vorbeischauen. Denn ich werde dort mit der lieben Fluttylein und Alice neben so einer Fotobox stehen und warten, bis jemand vorbeikommt. Also, kurz zusammengefasst. Wenn ihr Bock habt, mich auf der Gamescom zu treffen, dann schaut am Samstag um 15 Uhr in der Family & Friends Halle vorbei. Schreibt mir hier in die Kommentare, irgendwie müssen wir uns ja zusammen telefonieren, wenn das nicht so ganz klappt. Schaut bei Twitter vorbei, so und da gebe ich jedes Mal meinen aktuellen Standort an. Und sonst gibt es nur noch zu sagen, schönen Tag noch, vielleicht sehen wir uns auf der Gamescom. Bis dahin, ciao.